Hallo und herzlich willkommen heute zu dem Thema die Rente und der Unterhalt. Ich begrüße natürlich wieder ganz herzlich Frau Dr. Döring-Strehning. Hallo. Ich komme direkt zu meiner ersten Frage. Viele Menschen haben ja Unterhaltszahlungen zu leisten. Was passiert denn eigentlich damit, wenn man in die Rente geht? Die Rente ist erstmal ein Ereignis, das vorhersehbar ist für alle Beteiligten. Alle Beteiligten haben dann weniger Geld in der Tasche und deswegen kann es notwendig werden, nochmal genau hinzugucken und gegebenenfalls die Unterhaltspflichten anzupassen. Was bedeutet denn anpassen? Fällt der Unterhaltsanspruch dann nicht völlig weg? Das ist nicht wirklich zwingend, sondern man muss sich den Einzelfall genau ansehen und dann kann es durchaus sein, dass Mangels eines großen Unterschiedes in den Einkommensverhältnissen am Ende für einen Unterhaltsanspruch gar nichts mehr überbleibt. Auf jeden Fall ist klar, man muss mindestens 1100 Euro für sich selbst haben und nur wenn man mehr hat, kann der andere überhaupt noch Unterhalt bekommen. Was ist denn mit Alters, Teilzeit oder Vorruhestand? Ja, da muss man unterscheiden. Die arbeitsrechtliche Situation, die rentenrechtliche Situation im Unterhaltsrecht gilt, ich darf mich nicht vorsätzlich bedürftig machen. Das heißt, ich kann nicht einfach in den Vorruhestand oder einfach in die Altersteilzeit gehen. Der Bundesgerichtshof hat mal gesagt, unterhaltsrechtlich gilt das Regelalter und bis dahin muss ich tätig sein. Das heißt, ich darf also nicht in den Vorruhestand oder in die Altersteilzeit gehen? Doch, das dürfen Sie schon tun, aber unterhaltsrechtlich werden Sie im Zweifelsfalle so behandelt, als hätten Sie das nicht getan. Sie müssen wirklich sehr gute Gründe haben dafür, dass Sie frühzeitig in Rente gehen. Was sind denn gute Gründe? Ein guter Grund wäre zum Beispiel, wenn Sie einen sehr schlechten Gesundheitszustand haben, das wäre ein Grund. Ein anderer Grund wäre, wenn Sie ohnehin von Kündigung bedroht gewesen wären und zum Beispiel eine Abfindung erhalten, die so lange reicht, dass Sie das Defizit, was Sie jetzt erleiden, durch die Abfindung aufstocken können. Das heißt, entscheidend ist also immer der Einzelfall? Ja, genau. Das kann man immer so sagen. Es kann nämlich zum Beispiel auch sein, dass Sie sich entscheiden, durch eine weitere, andere kleine Tätigkeit Ihren bisherigen Standard aufrechtzuerhalten. Auch das ginge natürlich. Und was ist, wenn die Ehegatten das so geplant hatten? Auch hier wieder eine Einzelfallentscheidung, wenn die Ehegatten das langjährig vorher geplant und in Einzelheiten durchgesprochen hatten und die wirtschaftlichen Verhältnisse geben das her, dann kann es dazu kommen, dass man sagt, das ist zulässig. Es kann aber im Einzelfall wirklich auch anders sein. Und wie ist es auf Seiten des Unterhaltsberechtigten? Ja, da gilt das ganz spiegelbildlich. Wenn Sie da an die unterhaltsberechtigte Ehefrau beispielsweise denken, dann ist es so, die darf nichts tun, was sie bedürftig macht und sie darf auch nichts unterlassen, was sie leistungsfähig erhält. Und wie wirkt sich der reguläre Renteneintritt aus? Zunächst mal ist es so, dass beide Seiten nun weniger Geld in der Tasche haben. Jetzt muss man gucken, wie viel weniger ist das denn eigentlich? Gibt es große Unterschiede, ja oder nein? Und das wird natürlich maßgeblich zum Beispiel dadurch beeinflusst, dass jetzt der Versorgungsausgleich wirksam ist. Wir haben in einem anderen Gespräch darüber geredet, dass Versorgungsausgleich der Ausgleich von Rentenansprüchen ist, die man während der Ehezeit erworben hat. Das wird jetzt wirksam. Und jetzt muss man sich die Beträge angucken, die dabei rauskommen und gucken, reicht das noch für beide oder gibt es eine große Differenz? Und ganz häufig ist das so, dass es für einen von beiden nicht mehr reicht und für den anderen eben auch nur so weit reicht, wie sein Selbstbehalt reicht. Und dann kann es sein, dass einer von beiden ergänzende Sozialhilfe in Anspruch nehmen muss. Wie sieht die Sache denn aus, wenn einer in Rente geht und nebenher noch arbeitet? Ja, wir Juristen haben für alles Begriffe. Wir nennen das überobligatorisch. Dann tut man mehr, als man muss. Wenn man das Regelalter erreicht hat, muss man nicht mehr zusätzlich arbeiten. Und bleibt dieses überobligatorische Einkommen denn bei der Unterhaltsberechnung außen vor? Der Bundesgerichtshof sagt, dass es eine Frage des Einzelfalls ist. Frau Dr. Döring-Streening, können Sie denn das unseren Zuschauern mal etwas genauer erläutern? Ja, also wir können uns das wie folgt vorstellen. Wenn er in einer Zeit seines Lebens schwer körperlich gearbeitet hat und der zusätzliche Job, den er jetzt macht, der geht auch wieder auf Kosten seiner Gesundheit. Er hat sowieso ein kleines Renteneinkommen. Er muss es wirklich schwer erarbeiten. Es ist eine große Belastung für ihn, zusätzlich Einkommen zu erwirtschaften. Dann wird man eher dazu kommen, nichts anzurechnen. Wenn aber einer sozusagen mit anderen Mitteln seine Tätigkeit fortsetzt, dann wird man eher zu einer Anrechnung kommen. Denken Sie an den Arzt, der aus der Klinik geht und nebenan in der Klinik jetzt weiter die Vertretung macht oder vielleicht Gutachten schreibt. Dem wird das nicht so schwer fallen. Und da ist eher angesagt, dass man zu einer Anrechnung kommt. Und wird dann immer alles angerechnet? Nein, das muss man wirklich im Einzelfall beurteilen. Es kann sein, dass Teilbeträge angerechnet werden. Das hängt auch ein bisschen von der Situation des Unterhaltsberechtigten ab. Denn wir wollen ja über den Renteneintritt hinaus Unterhaltsansprüche generieren. Und da sieht es eben so aus. Man muss wirklich auf beide Seiten gucken. Nehmen wir mal an, es wurde jemand zu Unterhalt verurteilt. Derjenige geht jetzt in Rente. Kann man dann die Unterhaltszahlungen direkt einstellen? Oh, das wäre ganz schlecht. Dann bekommen Sie Besuch vom Gerichtsvollzieher. Wenn Sie eine Abänderung Ihres Unterhalts wollen, dann müssen Sie unbedingt zum Gericht und dort einen Abänderungsantrag stellen. Frau Dr. Dören-Striening, haben Sie dann zum Abschluss noch eine Empfehlung für einen unterhaltspflichtigen Rentner? Ich hoffe, ich konnte deutlich machen, Unterhalt und Versorgungsausgleich sind ein ziemlich heikles Thema, ein ziemlich undurchdringliches Dickicht. Und ich würde jedem, der Unterhalt zahlen muss und bald in Rente geht, empfehlen, etwa ein Jahr vorher zu einem Fachanwalt für Familienrecht zu gehen, mit dem Auftrag nochmal die Scheidungsunterlagen durchzusehen und vor allen Dingen auch nochmal die Unterhaltsunterlagen durchzusehen und nochmal genau abzuchecken, muss ich weiter Unterhalt zahlen, welche Veränderungen ergibt sich für mich, welche Eränderungen ergibt sich aus dem Vollzug des Versorgungsausgleiches, was wird am Tag X sein. Das sollen Sie auf jeden Fall tun. Ja, das bringt mich abschließend doch noch auf eine Frage, was kostet denn so eine Beratung, eine Anwaltsberatung? Also das hängt davon ab, wie lange so eine Anwaltsberatung geht. Eine anwaltliche Erstberatung ist in der Regel begrenzt auf 190 Euro plus Mehrwertsteuer, wenn sie hier am Tisch erfolgt. Wenn ein Verbraucher beraten wird und es gibt keine zusätzliche Vereinbarung, dann ist sie begrenzt auf 250 Euro Auslagen Mehrwertsteuer. Aber beim Versorgungsausgleich und beim Unterhalt kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Beratung nicht mit der anwaltlichen Erstberatung abgegolten ist, sondern dass sie den Auftrag an den Anwalt teilen, bitte sichte meine Unterlagen, sag mir, was wird mit meinem Unterhalt sein, was wird mit meinem Versorgungsausgleich sein. Und wir können da gerne mal reinschauen. Ich habe hier unten meine Gebührentabelle. Anwälte rechnen nämlich bei Ärzte, wenn nichts anderes vereinbart ist, nach festen Gebühren ab. Sie sehen, das ist hier so eine Art Gebührenkalkulator. Und hier können Sie beispielsweise sehen, das ist die sogenannte Beratungsgebühr. Und Anwälte rechnen nach Werten ab. Hier stehen also jetzt die Gegenstandswerte. Und aus dem Unterhalt, in der Regel aus dem zwölffachen Wert des Unterhalts, um den es geht, wird die Gebühr berechnet. Wenn Sie also 500 Euro Unterhalt zahlen, dann ist der Wert, aus dem die Gebühr berechnet wird, 6.000 Euro. Und dann sehen Sie also in dieser Gebührentabelle nach, was kostet die Beratung, was kostet eine Vertretung nach außen, was kostet ein Gerichtsverfahren. Und vereinfacht gesagt, das Grundprinzip ist, kleine Probleme, kleine Anwaltsgebühren, große Probleme, größere Anwaltsgebühren. Und ist das allgemein so? Das ist so, wenn nichts anders vereinbart ist. Aber es gibt natürlich Alternativen. Es gibt die Möglichkeit, eine Vergütungsvereinbarung zu schließen und zu sagen, wir rechnen nicht nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz ab, sondern wir rechnen ab auf der Basis eines Stundenhonorars oder auf der Basis eines Pauschalhonorars. Jeder Anwalt wird Sie zu Beginn der Beratung in der Regel darüber informieren. Wenn Sie das nicht bekommen, fragen Sie sofort von Anfang an nach, damit da gar keine Unsicherheiten entstehen, was kostet es für Sie. Frau Dr. Döring-Stränning, vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch. Dankeschön. Gerne. Liebe Zuschauer, auch bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.